Mann, ist der cool. Geh mal lieber weiter, bevor ich dir die Fässer einschlage, du Loser. Was geht, Leute? Mein Name war Lotte, Danny. Tschüssi! Willkommen back bei Grand Theft Auto V, Baby. Und Michael ist pumped. Und nein, ich will meiner... Meine Bitch hat mich gerade angerufen, sie wollte, dass ich ihr helfe, aber ich will ihr nicht helfen. Und... Moment mal, wir haben gar nicht mehr alle Waffen. Oh, das lässt sich aber schnell ändern. Oh, keine Munition mehr. Willkommen zu einem neuen Mod. Und das ist definitiv die bekannteste Mod von allen. Und zwar ist das die Native Trainer Mod. Also, wenn wir F4 drücken, können wir hier uns alles aussuchen, was wir wollen. Das ist echt richtig heftig. Jede einzelne Scheiße. Wisst ihr was? Geben wir auf Waffen. Geben wir alle Waffen. Jetzt haben wir alle Waffen. Schaut euch das mal an, Baby. Das nenne ich BADDESS. Was ist das? Hab ich ja Sticky Bombs? Nee, ne? Ich versuch mal nicht Sniper, ich will mal kurz jemanden töten. Headshot, Baby. Schon wieder ein Headshot. Yeah. Oh, der wurde überfahren. In dein Schwanz. Kann ich ihn treffen? In der Fahrt? Ich weiß gar nicht. Komm schon, Bitch. Wer will sich mit mir anlegen? Ich bin der Boss. Oh mein Gott. Okay, ich, ähm, einen Moment. Ich, ähm, okay, einen Moment. Player. Ähm, teleport. Dahin. Wir können sogar teleportieren. Ist ja irgendwo ganz anders. Und natürlich muss die Welt laden. Oh mein Gott. Du kannst laden. What the fuck is this, man? Ja gut, das muss kurz laden. Okay, jetzt geht's. Das ist cool. Lass uns mal woanders teleportieren. Ah, die Polizei, die Polizei findet mich gar nicht. Oh, Moon Gravity. Wie Hammer. So viel. Oh, oh, die Polizei kommt. Sorry, ich geh. Okay, ich bin weg. Oh, ich bin auf dem Desert Airfield. Mein, die, what the fuck? Seht ihr das? Hallo. Sieht irgendwie lustig aus. Hier war ich schon mal sogar. Keine Ahnung, wo ich gerade bin, aber es ist cool, ey. Ohne Scheiß. Dann haben wir noch den Skinchanger. Das ist definitiv das bekannteste hier. Und zwar kann man sich in seinen Hand verwandeln. Zum Beispiel. Oh mein Gott, wir sind Affe. Was? Ich bin ein Affe, what the fuck? Mann, bin ich sexy. Ich fliege. Seht ihr das? Hahaha. Wieso fliege ich? Mal sehen, was die Leute dazu sagen. Das sind Affe hier mit auf der Straße. Das ist unbedingt. Hahaha. Oh, wie sieht das mit der Waffe aus? Ich habe keine Waffen. Oh yeah. Oh mein Gott. Bede ist Affe. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Sie kommen hier nicht durch. Das ist richtig. Bitch, gib mir deine Scheißkarte. Das ist richtig. Geh raus da. Das ist mein Wagen jetzt. Bis dann, du Pisser. Wie das aussieht. Oh mein Gott. Hahaha. Oh. Bester Father ever. Oh mein Gott. Episch. Okay, lass uns mal das hier sein. Beste Mord ever. Oh. Oh mein Gott. Ich bin ein Schwein. Was? Nein. Ich bin jetzt kein Schwein, oder? Das kann nicht sein. Bester Schwein ever. Hahaha. Ich verpiss mich, du Bitch. Das ist richtig. Ich geh meinen eigenen Weg. Schau dich mal diesen Arsch an. Oh nice, Baby. Geh raus aus dem Wagen. Geht das? Äh, was? Hör auf. Er leckt dann. Hä? Okay. Keine Ahnung. Ich bin schon als ihr. Ich bin schon als ihr. Hahaha. Das ist episch. Kann ich in meinen Wagen, wenn keine Person drin ist? Komm schon. Oh. Was? Nein. Er kann nicht fahren. What the fuck? Hallo? Was? Ich hatte mal, man sieht die Beine sogar unten. Was? Okay. Macht Sinn. Lauf in die Freiheit. Ich bin ein freier Schwein. Kann ich sogar in der... Man kann gar nicht aus seiner Perspektive gucken. Also aus der Ego-Perspektive. Das geht jetzt nicht. Bestes Schwein ever. Ich geh halt auch einfach nur auf Reise. Toll. Ich kann es gerade nicht glauben. Aber ich bin eine Kuh. Oh mein Gott. Und das funktioniert sogar richtig gut so. Also das ist wirklich krass, wie gut das funktioniert. Also, ihr seid eine Kuh und das ist so episch einfach. Man sieht sogar alles. Sieht so eine Kuh aus von hinten? Irgendwie von unsexy. Nicht meine Kuh, alles wird gut. Kann ich hier sogar rein? Keine Ahnung. Geh rein, Kuh. Beste Kuh ever. Oh mein Gott. Zeit? Äh, was? Ich stehe gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was die hier Zeit auf sich hatte. What the fuck? Was zum Teufel? Wieso kann ich mit ihr hier nicht fahren? Blöde Kuh. Schau nicht so dumm. Ja, ich glaube, sie ist taurig. Ich will sie ein bisschen beobachten. Mir gefällt das, glaube ich. Ja. Schon sexy. Ich habe leider keine Waffen. Schade. Was? Okay. Alles klar? Ich hoffe, ja. Mann, ist eine Kuh langsam. Kann sie den Berg hoch? Ich habe dir Mühe, Kuh. Wow. Sie gibt keinen Fick. Oh, oder doch? Ja, ist schon. Oh mein Gott. Sie gibt keinen Fick, Baby. Sie juckt sich mal. Was für eine sexy Braut. Okay, ich glaube, das ist ein Mann. Keine Ahnung. Ich kann König unterscheiden. Ich schätze mal, die haben auch einen Penis. Die Männchen. Und die Weibchen bestimmt auch. Oh, wie episch. Oh mein Gott. Yeah. Ich bin sogar richtig schnell. Oh yeah, Baby. That's what I wanna see when I plant a guy, man. What's going on? Ein Wolf, der seine Beute sucht. Ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn man mit ihm in der Wagen steigt. Ich finde meine Beute und esse jeden Einzelnen auf. Mal sehen. Ich will jetzt mit dem Blick gespernt. Wow. Kann er fahren? Wieso können die nicht fahren? Das macht gar keinen Sinn. Ein Wolf kann... Oh. Was? Alles okay? Nicht weinen. Bin ich saurig. Aber das wird gut. Wunderschön, diese Tiere. Man kann es gar nicht glauben, wie schön die sind. Kann ich den Berg hoch? Das ist die Frage. Die Kuh gab keinen Fick. Und er ist recht nicht. Oh mein Gott. Bester Kletterser ever. What the fuck? Oh. Oh, wenn man ein Adler werden könnte, das fehlt. Nein, er gibt kein... Oh nein. Armes Hündchen. What the fuck? Keine Sorge, Hündchen. Alles wird gut. Jetzt Kletter, habe ich gesagt, du Loser. What the fuck soll das? Kein Knochen für dich. Schaut euch mal diese wundervolle Stadt an. Da will ich hin. Ich will auch eine Wohnung haben. Hunde werden vernachlässigt. Wir kriegen nur Knochen. Wir wollen aber Suppe. Hunde wollen Suppe. Hunde wollen Suppe. Das wissen die meisten vielleicht nicht, aber Hunde mögen Suppe. Nudelsuppe. Mit Hündchen. Und nicht immer Knochen. Das ist episch, Baby. Wir sind ein Deer. Wow. Das Ding ist mega ultra super schnell. Ich komme. Oh yeah, ihr Bitches. Kann ich eigentlich da drauf? Ne, ne. Ah. Hör dir. Danke. Oh. Ey. Ah. Oh mein Gott. Tierquäler. Oh mein Gott. Tierquäler. Was für Hurensöhne. Und jetzt nicht. What the fuck was? Also ich kann euch schon mal sagen. Ich werde auf jeden Fall noch mehr Videos zu dem Mod machen. Die ist so episch. Oh mein Gott. Okay. Einen Fisch kann man... Oh, wir sind ein Huhn. Nein, wir sind kein Huhn. Das kann gar nicht sein. Wir sind ein Huhn. Tatsächlich. Bestes Huhn ever. Stehen bleiben. Polizei. Polizei. Fuck. Kein Respekt vor der Polizei. Was? Wie das aussieht. What the fuck. Oh mein Gott. Und wir kommen sogar ein Fisch werden. Aber ich weiß, dass wenn man der Fisch zum Fisch werden will, muss man am Wasser sein. So stirbt man. Deswegen müssen wir mal gucken, wo wir Wasser finden. Den bleibern. Ich will ihn so gerne aufholen, aber das wird nichts. Verdammt. Aussteigen, du kleine Bitch. Das ist richtig, man. Yeah, excuse me. Raust da. Bis da an. Ja, es erfolgt sie mir. Das hat keinen Sinn. Ich suche nach Wasser. Was ist das für ein Wagen? Seht ihr das? Das sieht echt komisch aus, der Wagen. Hä? Das ist ja richtig tief. Oh, da haben wir Quad. Zur Seite. Ich hab dich gewonnen. Ich warte hier in der Gegend finden wir nirgendwo Wasser. Hier ist alles Wüste. Und in der Wüste gibt es kaum Wasser, das wissen wir. Aber ich würde gerne den Vater Morgana sehen. Hat jemand schon mal von euch den Vater Morgana gesehen? Irgendwie in Ägypten gibt es ja Wüsten und sowas. Ich habe viele Wüsten auf der Welt. Vielleicht war ja schon mal einer von euch in der Wüste. Ich will ja keine Wüste, es ist viel zu warm. Ich glaube, ich würde gekocht sein. Oder man würde mich kochen in der Wüste. Oh, was ist das? Ich hab's noch nie so nie gesehen. Wow. Episch. Bestand, Gebäude. Keine Ahnung, wo ich langfahre. Ich fahre irgendwo lang, irgendwo in die weite Welt. Wo ich sicher bin von diesen Idioten hier. Hey, da ist ein Flugzeug. Wunderschön, diese Aussicht. Ich wünschte, ich wär drin. Au. Boah, da ist ein epischer Wagen. Bist du, was ich nehme, das Motorrad? Ich würde eigentlich den anderen Wagen nehmen. Aber Motorräder, die können nichts überbieten. Motorräder sind so nice. Schaut euch mal diese Tricks an, Baby. Ja. Moment, Mann. Hier kann ich den übelsten Stand machen. Hammer. Wie war ich das? Kann ich vielleicht so? Und jetzt? Rüber. Yeah. Nice, Baby. Aaaaaaah. Autsch. Bestand ever. Es muss so ein Spaß machen. Jetzt hier der Stand. Aaaaaah. Schlechtester Stand ever. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Hallo Schwein. Kann er doch nicht. Irgendwie nicht ziemlich dumm. Ich kann mich doch teleportieren. Einfach irgendwo hin, wo es Wasser gibt. Aber wo gibt es Wasser? Das ist die Frage. Aber verlier ich den Motorrad? Ich glaube schon. Verdammt. Ich würde sagen, Alien Islands. Oh yeah. Island heißt immer was. Und wir haben sogar unser Motorrad. Was? Oh my God. Ja. Wieso Spoiler? Ich sag ich hier oben. Ich meine, wo ist der Sinn? Wieso nicht irgendwo anders? Ah, kein Stand. Können wir später machen. Wir können gerne ein Stand hier nach unten machen. Das wäre episch. Schafft mir das? Klar. Was für eine Frage. Yeah, Baby. Wow, kein Problem. Au. Was? Dein Ernst? Wir sind wieder hier. Ich bräuchte nur ein Flugzeug oder sowas, um hier runterzukommen. Oh, oder ich nehme einfach die Tap 1 von beiden. Das dauert Ewigkeiten. Dann wärst du sogar mit dem Flugzeug schneller gegangen. Kann ich hier runterspringen? Ich glaube schon. Na los, Michael. Ich mach ein bisschen mehr Gas. Au. Wow, ich hab viel Leben verloren. Holy shit. Ja, es wird gut. Lasst uns ein Fisch sein. Dein Fisch sein macht Spaß. Ich komme. Wow. Schnell. Skinchanger und Fisch. Yeah, wir sind ein Fisch. That's what I wanna see, Baby. Irgendwie episch, oder? Wow. What the fuck? Ein Fisch lässt sich überschwer lenken. Was? Oh mein Gott. Besser Fisch einfach, Fragezeichen? Wo kann man, wo muss, was macht ein Fisch den ganzen Tag? Voll langweilig, ein Fisch zu sein ohne Scheiß. Fische können gar nichts tun. Hahaha. Oh yeah. Ich super den Boden. Sieht sehr gut. Ich suche nach, äh, irgendwas zu essen. Kann der Fisch schlagen, oder so? Nee, der Fisch kann nur unter Wasser sein. Aber so ein Fisch ist so lächerlich ohne Scheiß. Wärt ihr gerne ein Fisch? Ich nicht. Fisch ist scheiße. Wow. Guck mal, ich bin ein Fisch, ich bin voll besonders. Bleib, 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 bleib. Bist du gar nicht, du dämlich ein Fisch? Und du vergisst das. Aber ich kann dauerhaft atmen, weil ich Kiemen habe. Das ist toll. Und wenn ihr das jetzt, dummer Fisch. Guck nicht so scheiße. Hi, Dani. Nee, ich will nicht mit ihr reden. Warte, ich bin voll einsam hier. Hier ist gar keiner. Wo sind meine Freunde? Als Fisch hat man noch Bekannte oder sowas, oder nicht? Nee, er hat keine Freunde, dieser Fisch. Dieser Fisch ist ein Loserfisch, der hat keine Freunde. Der sucht seine Freunde, aber keiner will ihn. Alle laufen von ihm weg, kann ich aber auch verstehen, so hässlich wie er ist. Ich will mal an die Oberfläche, mal sehen, was passiert. Ich wette, er stirbt, der dämliche Fisch. Geh nach oben. Geht's? Bitte sagen wir, es geht's. Oh mein Gott, ich kann nicht nach oben? Nein, kann ich nicht. Was? Wie dämlich. Dummer Fisch. Was passiert, wenn ich jetzt eine Kuh werde? Beste Kuh ever. Ja, ja. Kann ich hier rennen? Ja, es geht. Und das? Oh, nice. Was ist das? Oh mein Gott. Was zum Teufel? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Das verstehe ich nicht. Äh? Wenn ich da unten drücke, kann man noch mehr werden. Was zum Teufel, Paparazzi? Oh mein Gott. Man kann ja jeder Scheiß werden. Okay. Kann ich noch mehr Tiere werden? Kann man vielleicht doch ein Adler werden? Ich kann die Mod gar nicht mehr benutzen, keine Ahnung. Irgendwie geht's nicht mehr an. Ich glaub, ich muss das Spiel neu starten. Aber ich wär das Video vorher, dass wir nicht stehen lassen. Vielen Dank fürs Zähne schauen. Wir werden auf jeden Fall noch mehr mit der Mod... Hör auf, dich wegzudrahen, du Loser. Wir werden auf jeden Fall mit der Mod mehr machen, denn es macht ultra mega super. Großen Spaß. Die geilste Mod ever. Also vielen Dank fürs Zähne schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie... Badass! Ihr seid so leckt, dieses Video. Schau auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonnierst euch jetzt um unsere YouTube-Einstitutionen. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sag ich, wie man nur noch 3, 2, 1... Schau auf, Leute! Mein Name ist Lotte, Danny. Grüß dich! Und dann kommen wir zurück zum iPad Games. Heute spielen wir Games, die, ich finde persönlich, für ein Video nicht gut genug sind. Deswegen spiele ich...